Ja, alle und willkommen zurück zu Boom Beach, heute mal wieder hier im vollen Umfang mit Facecam, allerdings noch mit Sonnenbrille, weil ich bin gerade auch erst aufgestanden und sehe noch ein bisschen verpeilt aus und verknittert, deswegen für die Optik heute mal die Sonnenbrille dabei. Und natürlich wollen wir heute mal wieder gucken, was wir euch heute noch so anbieten können hier im Spiel und ich habe direkt erstmal eine klare Ankündigung und zwar habe ich jetzt mal eine Idee, beziehungsweise ich wollte Öppchen überlegen, ihr könnt mal alle in die Kommentare doch mal eure Namen reinschreiben, weil ich habe wirklich die Zettel verlegt, auf die ich die anderen Namen aufgeschrieben habe, das heißt, bewerbt euch in den Kommentaren, einfach schreibt einfach nur euren Namen da rein, dann sehe ich das ja hier in der Liste. Und, äh, aber bitte auch wirklich nur noch die, die schon noch nicht besucht wurden, weil sonst habe ich da ja eh wieder die doppelten Probleme. Und, äh, von daher, ja, schreibt euch einfach mal eure Namen mit da drunter, dann haben wir da ein bisschen, äh, mehr Flexibilität, weil meine Zettel sind irgendwie verschlört worden, von wem auch immer, keine Ahnung. Ist aber nicht weiter schlimm, das, äh, hindert keinen daran besucht zu werden, im Notfall, im schlimmsten Fall, würde ich mal sagen, wird aus Versehen vielleicht mal jemand doppelt besucht, aber das ist ja dann noch verschmerzbar. Ich mache mir mal ganz kurz hier den Ton ein bisschen leiser, der ist nämlich extrem laut. Und, äh, ja, wir haben schon wieder ein paar neue Gegner, aber alle doch immer noch wieder relativ hoch. Deswegen gucken wir mal, ob wir nicht noch irgendwo einen finden, der sich so im unteren 20er-Bereich befindet. Nein, nein. Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Ah, 21, guck mal. Das könnte vielleicht was werden. Oh, Spannung, Spannung, Spannung. Oh, er hat aber auch schon ein paar gute Meisterwerke hier für Truppen. Ähm, oder Wächter oder Götzen, ich sehe das jetzt gerade nicht genau. Können wir denn da irgendwie... Hier waren wir doch gestern schon, oder? Wo ich hier mitten durchgerannt bin. Obwohl, ne, kann ja nicht sein, ich habe den ja gerade neu gesucht. Aber gestern hatten wir einen ähnlich und das ging in die Hose, deswegen lasse ich hier mal die Finger von. Ähm, aber wir werden mal gucken. Was wir hier noch machen können, Nummer 24, also Nummer 24, sag ich schon. Level 24, erkunden, wir den mal und gucken, was da abgeht. Ob da vielleicht was drin ist. Alter, was ist denn hier los, ey? Wir haben doch letztes Mal auch welche geschafft, denn müsste doch irgendwo mal einer sein, der mal wieder irgendwie so eine Base hat, die man sich auch mal packen kann. Ich weiß nicht, wie macht ihr das denn, wenn ihr Gegner sucht? Greift ihr dann direkt einfach immer den Erstbesten an oder sucht ihr auch relativ lange rum und macht neue Gegner und lasst dann in Hose oder wie oder was? Ich meine, einige scheinen es natürlich auch ganz gut rauszuhaben, ähm. Aber hier können wir vielleicht das probieren, nur außen rum wandern und von hinten ans Hauptquartier gehen. Ähm. Einige, das schrieb man ja gestern, der hätte mit weniger Truppen als wir hatten, Doktor Terror komplett oder Schreckensabschnitt bis 5 geschafft oder so. Dann, äh, hat der da wohl ein bisschen mehr Talent als ich führe. Das ist ja schön. Wenn das bei jemandem besser klappt als bei uns. Ähm. Aber dann könnte er vielleicht mal dabei sagen, wie man, ob er, was wir noch besser machen können. Also das ist natürlich die nächste Sache, die ihr uns mal verraten könntet. Oh, jetzt habe ich zu lange gewartet. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir sie jetzt direkt aufs Hauptquartier und dann... Hier noch eben betäuben. Dann haben wir es doch schon. Guck mal da. Den haben wir doch mal ganz easy gepackt. Das war nicht so schwer. Also wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, was wir noch besser machen können, dann schreibt das mal bitte noch in die Kommentare, aber vernünftig, weil es gibt Leute, die können das echt gut erklären und dann weiß man auch, was man noch verbessern kann. Beispielsweise, dass ich mit dem Betäubungsding auch meine eigenen Truppen betäube, was mir, ja gut, jetzt hier auf der Größe des Displays nicht aufgefallen war. Oh, guck mal, nur ein Verlust, das ist doch schon mal gut. Und drei rote Mopeds. Es wird immer besser. Und, ähm, ja, müsste das... Wenn das jemandem mal gescheit erklärt, dann bin ich da auch... Finde ich das auch gut, wenn da jemand mal sagt so und so, das kann man noch besser... Oh, ich mache eben noch eine neue Truppe. Also, das kannst du noch besser machen. Wer da dann nichts nur rumpirbelt, dann... Das kann man sich auch sparen, weil davon... Das lese ich dann erst gar nicht. Und, äh, ja, aber auf jeden Fall angebrachte oder... Angemessen formulierte Sachen sind immer gut, auf jeden Fall. Da könnt ihr gerne euch mal noch auslassen in den Kommentaren, was man noch verbessern kann. Näschen juckt. Äh, ähm, 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 das... Guck mal, das könnte doch auch wieder funktionieren. Ähm, wie heißt denn da jetzt gerade? Ach hier, uh, ist das eine 3 oder ist das ein chinesisches Zeichen? Ich sehe da schon wieder nur die, die Zahl von Fraps vor. Ähm. Guck hier, probieren wir es jetzt mal genau wie gerade auch. Oder sollen wir noch warten, bis wir den letzten Krieger auch noch haben? Ach komm, das geht schon. Das wird schon gehen. Einer mehr oder weniger dürfte ja jetzt nicht so den Unterschied machen. Lass mich mal ganz kurz jetzt gucken, was ich klicken muss. Also, hier hinsetzen. Dann hier die Fackel hin. Hier betäuben. Und dann... Hat's ja geklopft. Nein. Ähm. Hier betäuben. Dann sind sie hier vorbei. Dann da die Fackel hin und hier betäuben. Dann können sie auch direkt aufs Hauptquartier. Und jetzt gehe ich trotzdem nochmal eben nach... Ach nee, jetzt habe ich schon angreifen. Okay, so. Ähm. Also. Flöp, 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 flöp. Flöp. Und sobald die hier sind. Da betäuben, dass die da schon mal dran vorbeikommen. Fackel trotzdem nochmal da oben hin, die dann länger hält. Ich hab doch da schon einen hingeschickt. Lauf doch jetzt. Und wenn sie dann kommen... Ja gut, jetzt können sie theoretisch schon zurücklaufen. Oh, da war eine Mine. Also das ist jetzt mal egal. Jetzt betäuben wir hier. Und heilen das Hauptquartier. Und dann sollen sie auch sofort da dran nehmen. Die Schützentoren sind jetzt nochmal direkt eben kaputt gemacht. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das Kanönchen hier, das machen wir noch eben weg. Flöp. Und dann gibt es aufs Hauptquartier. Oder es geht aufs Hauptquartier. Und das Hauptquartier kriegt einen auf den Deckel. So, und dann haben wir es geschafft. Jetzt haben wir einen noch mehr verloren, glaube ich. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Wenn das Hauptquartier echt hinten steht, ist es ganz easy zu machen eigentlich. Wenn es mittendrin ist, ist es schon mal eine Kacke, ne? Je länger die Yogis rumdengeln. Also das ist echt, was ich jetzt so gemerkt habe. Dass unsere Base gar nicht so schlecht sein kann, wie es ein, zwei Leute in den Kommentaren gemerkt haben oder gesagt haben. Weil hier kannst du weder von vorne noch von hinten noch von der Seite direkt da ran. Du kriegst von allen Seiten, hast du erstmal Verteidigung vor dir und Häuschen, wo du ja auch angegriffen wirst, wenn du an den Häuschen stehst. Klar wird unsere Base auch geplündert, wir können uns ja nochmal angucken, wie das so aussieht, wenn jemand unsere Heimatbasis vor der Fresse haut. Das sind aber auch dann immer Leute mit so Panzern. Und die haben wir halt nochmal noch nicht. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an, wie das aussieht. Nur mal jetzt rein, Interesse halber, wir machen heute ein bisschen länger. Heute ein bisschen länger Zeit aufzunehmen und gleich auch noch hochzuladen. Ist ja noch früh, ist gerade erst 9.43 Uhr. So, hier unten Häuschen weggemacht. Und dann... Die Panzer haben es dann noch gerissen. Guck, die steht natürlich jetzt auch alleine hier außerhalb irgendeiner Reichweite von der Verteidigung. Ja, das ist natürlich ganz gut machbar, wenn man hier etwas stärkere Sachen hat. Aber die haben wir ja noch nicht. Wie sieht es denn aus, wenn wir unsere Basis verteidigt haben? Wie lief es denn dann ab? Gefällt ansehen. 20 Krieger, guck. Also mit 20 Kriegern können wir schon mal unsere Basis... ...gegen 20 Krieger können wir schon mal unsere Basis verteidigen. Kommen sie angeflitzt. Also so einfach scheint es doch nicht zu sein, unsere Basis einzunehmen. Und dann hat er sich zurückgezogen. Guck's mal dir an. Und dann guck's dir mal an. Das heißt also, ganz so blöd sind wir nicht. Und ganz so schlecht ist unsere Basis nicht. Und, äh, ja. Und, 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 und. Jetzt haben wir natürlich keine Truppen mehr, aber wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sauviele Diamanten. Das heißt, ich werde die jetzt nochmal beenden. Und nochmal gucken. Was ist denn hier zum Beispiel? Irgendwie ist das bei der Ressourcenbasis natürlich dann immer nicht ganz so einfach. Weil die ja schon quasi den ganzen Wald weg haben, wo man sich durchschlawenzeln könnte. Aber hier ist ja viel zu viel Verteidigung. Das, äh, muss ich mir dann erst ein, zweimal probieren am Handy, wenn ich, während ich nicht aufnehme. Bevor wir uns hier zum Vollhaus machen. Ha, 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 ha. Ich könnte natürlich hier außenrum betäuben. Ah, ne. Ne, ne, das muss ich erst ausprobieren. Muss ich erst zwei, dreimal probieren, bevor ich da irgendwas mache. Ja, meine Ressourcenbasis ist natürlich Level 3. Das ist, äh. Auch nicht so der Knaller. Mh. Ja. Hier können wir nochmal einmal gucken. Und da. Wollen wir mal schauen, ob wir... Oh, Alter. Warum ist das denn so vollgewamst hier? Gewamst, gewamst. Egal, wir gehen mal nebenher nach Hause. Ich habe nämlich erst dann ja das Meisterwerk gebaut. Und ich wollte noch gucken. What uns das bringt. Und es bringt uns Truppenschaden plus 20% Statue einsetzen. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Wir haben ja jetzt schon hier... Das ist ja schon unser zweites Meisterwerk. Unser erstes Meisterwerk war ja hier nämlich, äh... Holzproduktion plus 55%. Wir haben jetzt einen Wächter noch, der Ressourcenbelohnung plus 12%. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Mit den dunklen... Also das sind ja die dunklen Dinger gewesen, glaube ich. Da könnte man natürlich auch mal schauen, was wir da bisher schon haben. Wir haben 11 von denen. Ach, wir können ja noch eine bauen. Guck mal. Ich mach doch nur ein Minus. Warum kann ich denn hier nicht rauszoomen jetzt? Hallo? Ich will so... Nein! Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Oh, jetzt hat er hier so ein Moped... Ah, ja. Ich wollte zoomen und das geklickt. Der Klassiker. Ah, leck mir doch die... Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Götz ist fertiggestellt. Einstieg ist ein Bonus. Schaden von Abwehranlagen plus 4%. Ach, guck mal. Der ist ja gar nicht so schlecht sogar. Aber wir haben... Haben wir schon drei hier stehen? Ja, ne? So. Wir könnten... Ja, ich setze ihn jetzt trotzdem ein. Ist ja eigentlich egal. Das war jetzt zwar ein Versehen, weil ich kann jetzt nicht mehr rauszoomen irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist. Was ist hier los? Ah, jetzt geht's wieder. Das heißt, ich muss mir merken, ich kann nicht zoomen, während ich in den Gebäudemenüs bin. Haben wir doch wieder was gelernt. So, ich würde jetzt ganz gerne... Da können wir auch noch einen von bauen. Dann können wir den anderen zurückfordern. Dann haben wir zwei von den Scherben. Aber das bringt uns auch noch nicht so viel, ne? Gucken wir mal, was der macht. Dann wohnen wir vielleicht den hier zurück. Ist ja schon ein Wächter, ne? Ja, genau. Dann gucken wir mal, was uns der bringt. Kanonenbootenergie plus 6%. Das ist auch gut. Das heißt, das sind ja die Punkte unten, wo man dann Bomben oder Dinger mit verschießen kann. Das heißt, scheiß auf Abwehranlagen. Wir machen ja die Angriffe. Dann fordern wir den zurück. Und stellen den mit der Kanonenbootenergie auf jeden Fall hin. So, Statue einsetzen. Das heißt, wir brauchen mehr dunkles Zeug. Das würde... Äh, stell dich doch mal hin jetzt, Junge. Komm. Das war schon mal gut. Also rot und dunkel sind auf jeden Fall die Besten. Und wir können mal gucken, natürlich, dann... Fahre ich jetzt irgendwas ein? Dunkle Fragmente könnten wir schon wieder sammeln. Ähm... Mach ich auch. Und wir gucken mal wegen Tauchen. Äh, mach doch schon. So. Was man dann noch so absahnen kann. Er hat absahnen gesagt. Hier gibt es Diamanten. Auch nicht verkehrt. Und ein paar Fragezeichen. Weil Holz und Steine brauchen wir nicht unbedingt. Wie ihr hier klar erkennen könnt, ne. Auch jetzt habe ich heute gar keinen besucht. Fällt mir gerade ein. 180.000. Dreimal Fragezeichen. Einen Tag, zwei Stunden. Machen wir. Kommt dann morgen live in die Aufnahme. Wie was dabei rumgekommen ist. Würde ich vorschlagen. Weil dann gucken wir auf jeden Fall. Was uns dort. Die Sache gebracht hat. Haben wir den jetzt noch drückt? Ja, ne. Komm, dann machen wir noch einen kleinen Lumpi hier. Gucken wir uns das mal an. Ob da nicht noch irgendwas machen können. Ich hab Schmacht, ey. Ja, komm, den kriegen wir ja. Hoffe ich mal. Man weiß ja nicht so genau. Bei meinen Angriffen, ob das denn klappt oder ob es in die Hose geht. Sobald hier was passiert, müssen wir auf jeden Fall vorher drücken, bevor die schon angekommen sind. Jetzt haut alles kaputt. Gucken, was wir jetzt noch betäuben müssen. Die Mörser auf jeden Fall. Haben wir 12, 31. Wir können beides betäuben. Zup, zup, zup. Das Kanönchen lassen wir mal. Oder wir schießen die so. Ne, ist egal. Ist schon kaputt. Ist schon geschafft. Ich sag es halt, bei den Dingen an hier gewinnt man keine, der Verragen nennt und so ein Zeug. Das ist ein bisschen doof. Aber egal. Wir können natürlich jetzt trotzdem nochmal kurz. Einen Plan habe ich noch. Jungs, bleiben wir mal kurz dran. Und zwar können wir ja nochmal, da wir ja nochmal 8 Mopeds haben hier von dem Kollegen. Wir können natürlich auch noch einen roten bauen und den schon mal zurückfordern. Das machen wir auch noch. Komm, wir bauen jetzt heute mal jede Menge Götzen. Und gucken, was der uns bringt. Truppen LP plus 7. Den fordern wir nochmal zurück. Wir haben ja schon einen mit Truppen LP. Und bauen noch einen. Was bringt uns der nochmal? Truppenschaden. Ne, das war Truppenschaden. Und das andere waren zwei dunkle. Okay, wir hätten den Truppen LP also auch noch nehmen können. Aber die hier bringen uns Ressourcen und Kanonenboot. Das ist auch nicht so schlecht. Und hier die Holzproduktion will ich eigentlich auch nicht wegmachen. Truppen LP plus 4. Nein, wir fordern den auch nochmal zurück. Und wenn, dann können wir vielleicht nochmal einen Meister wegbauen. Jetzt haben wir nämlich schon wieder 4. Marken wir mal. Was ist das jetzt? Scherbe, ne? Ja, genau. Das heißt, da fehlen uns schon wieder nur noch 3, um den nächsten Wächter zu bauen. Das ist dann besser als so ein kleiner Götze. Aber wir könnten trotzdem auch nochmal gucken, was uns denn dieser Götze noch bringen würde. Ressourcenbelohnung plus 10%. Was war denn die andere Ressourcenbelohnung? Plus 12%. Ah, das ist der Wächter. Okay. Wenn ich jetzt beide hinstelle, kriegen wir dann noch mehr Ressourcen? Dafür könnte ich schon fast auf die Kanonenbootenergie verzichten, ne? Noch mehr Ressourcen zu bekommen. Oder aufs Holz. Und aufs Holz? Ne, aber das Meister wegmachen will ich jetzt auch nicht. Ich lasse das mal dauern und ich spreche gleich mal mit Freddy, was er meint, was für das Beste ist. Ähm. Flapp, einen Angriff haben wir eben noch verloren. Ich würde sagen, damit machen wir Schluss für heute. Wir sind ja eh schon ein bisschen drüber. Quasi XXL-Folge. Ähm. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und tschüss.